Ja, alles klar, ich habe kurze Umschaltpause gelassen. Ja, es ist verwunderlich, dass es funktioniert. Ich repiete bei mir ungefähr ein S29 dB von einem sehr schnellen QSB. Aber ganz interessant, das erste Mal, dass ich um der SM10 Meter arbeite. Ja, ich wollte aber nicht zu lange machen, da wollen sicherlich noch ein Haufen andere Leute drüber arbeiten. Deswegen ziehe ich mich wieder zurück. Hier war Delta Julli S2, Fox Link. Der ist a station who tries to come over the repeater, it will not work. Ja, bei mir auch 20 km, ne? Also relativ stabil, das QSB ist schnell und kurz, dann heftig. Das geht auch nur ein bisschen schwierig, ne? Der hat eine Frequenz, die nun, ähm, der hat die neuen AD, das ist ein QSB-Repeater, der kommt hier üblicherweise gut an. 4ig Smart hier zu hören. Bis dahin!